Herzlich Willkommen in ein fröhliches Moin zu einer neuen Aufnahme. Let's Play hoch! Ähm, was spielen wir? Let's Play Legend of Zelda, Gottes of History. Wir haben gerade den Flammenstab bekommen. Wir müssen uns etwas umsehen, denn es gab hier einige Gebiete, die wir noch nicht, äh, naja, die wir noch fertig machen müssen. Wir brauchen nicht noch einen Schlüssel. Vor allem brauchen wir noch den großen Schlüssel. Äh. Hallo? Ja, ich fahr ja schon weg. Ach, da unten muss immer durch. Wow. Na, 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 na. Äh. Das war falsch. Hä, wo war denn das? Hm. Hä, wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, wie? Puh. Hä? Natürlich. Ich versuche irgendwie zu sehen, wo ich bin. Wie ich das jetzt auch immer gemacht habe, keine Ahnung. Aha. Wir sind durch. Mehr muss ich nicht wissen. Hm. Okay. Ah. Meins. Ein richtiger, ein falscher. Wie immer. Oder es gibt nur falsche. Speichern. Und gleich mal den, komm. Äh, äh. Gnädige zwei Bomben. Ah. Hä? Da ist eine Kiste. Ne. Ne. Äh. Äh. Ne. Hä? Ach. Aber ich hab doch gar keinen Schlüssel. Wahrscheinlich darf ich gleich nochmal laden. Wenn ich den Schlüssel noch nicht hab. Hallo. Ja. Ach was. Kann ich nochmal laden? Wo komm ich dann raus? Bringt mir jetzt auch nichts. Dann kann ich ja gleich hier durchgehen. Mist. Ich hätte erst einen anderen Weg wählen sollen. Jetzt darf ich den nämlich nochmal wählen. Äh. Aber jetzt kann ich die ignorieren. Tschüss. Aber ich dachte, der Stab wär schon das tolle Zeug. Ähm. Dass ich jetzt noch wüsste, wo das andere war. Dafür musst du den Schalter wieder umlegen. Nee. Ach. Uh. Komm mal. Na. Na. Dann lass mir doch einen Ruhl. So. So. Nein. Hm. Ach. Ich muss nach... rechts. Da muss ich da durch. Das heißt, ich muss den so oder so wieder umlegen. Okay. Habe ich verstanden. Ich frage mich, wieso ich vorhin hier so ohne alles... Warum ich jetzt auch so ohne alles hier durchkomme. Und wenn ich zurücklaufe, sind sie aktiv. Brauche ich nicht. Da. Da. Gut. Äh. Hier wird es umgelegt. Jetzt ist der Gang wieder aktiv. Ich nehme einfach denselben Weg zurück. Ich glaube, das ist das Beste. Natürlich. So. Obwohl. Nee. Ich hätte genau da, hätte ich jetzt durch müssen. Jetzt müssen wir wieder inaktiv sein, ne? Null. Ja. Daneben nicht. Hm. Tut hier wieder was weh, wenn ich hier durchlaufe? Nö. Da 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 da. Was passiert denn, wenn ich die aktiviere? Oh. Eins. Ich glaube, dann kommt eine Kiste. Was wäre, wenn ich da oben gestanden hätte? Wäre ein bisschen doof gewesen. Ein kleiner Schlüssel? Was soll ich denn mit einem kleinen Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel? Hä? Ich wollte einen großen Schlüssel. Mann. Was soll ich denn mit einem kleinen Schlüssel? Ich speichere hier mal, falls ich falsch umgelegt habe. Naja, warte mal. Naja, Moment. Was soll ich mit einem kleinen Schlüssel? Jetzt habe ich das wieder zurückgestellt. Also in der oberen Etage brauchte ich einen großen Schlüssel. Ich kann hier gerne nochmal gucken. Achso, das war der Raum. Der bringt mich dann zum Teleport. Ähm. Und zur Kiste. Das heißt, da ist kein kleiner Schlüssel nötig. Und was ist hier unten noch? Ich muss mal wieder speichern, wa? Ne, ich lasse das mal noch. Hier komme ich nicht zurück. Ich würde gerne nach links zurück. Hä? Es sei denn, hier oben ist noch was. Aber da war doch nur die große Tür. Ja. Hm. Gerade ein bisschen aufgeschmissen. Äh. Hm. Na gut, dass das unten war hier. Ich überlege gerade, ob hier noch irgendeine Möglichkeit für mich ist, äh, an eine. Hm. Aber wie? Ich komme jetzt ja auch nicht zurück, ne? Ist das Problem. Ich kann ja nochmal gucken, aber ich glaube, hier war auch nix. Ja, nun lass mich doch mal durch. Da. Ah, ha, ha, ha. Gut. Es gibt immer einen Weg. Ach, jetzt bin ich wieder hier? Ich war ich doch schon mal, oder? Ja. Äh. Das ändert jetzt nichts daran, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ähm. Aber ich habe den Flammenstab. Den hatte ich vorher hier nicht. So. Mit dem Dingens da oben mache ich die auf. Auf. Die Türen. Und zwar alle. Okay. Nach rechts brauche ich, glaube ich, nicht. Ich habe gerade gespeichert. Genau. Das muss ich nicht machen. Wenn ich nach links gehe, bin ich wieder zurückgelaufen. Brauche ich auch nicht. Und hier ist der falsche... Rot muss runter. Ach, verdammt. Rot muss runter. Ach, Gott. Also gehen wir nochmal eine Runde. Ich hätte die nicht laden sollen. Äh, speichern sollen. Dann hätte ich den schön vor dem Schalter stehen bleiben können. Also, Rot muss runter. Tadadam, tadadam, tadadam. Tschüss. Hm. Ich zähle gerade ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen will, meine Gedanken, wo ich dann das nächste Mal hin muss. Wenn jetzt Rot runter ist, dann komme ich da also durch. Vielleicht kriege ich da den großen Schlüssel. Das wäre ganz nützlich. Okay. Gut. Jetzt also wieder zurück. Hast du noch ein Herz? Herz? Hm. Ah, nehme ich auch. Wow. Wow. Tschüss. Oh. Okay, jetzt muss ich nochmal diesen merkwürdigen Weg gehen. Ups, nach oben durch die Treppe oder so. Kein Herz. Tschüss. Gut, dann kann ich nochmal speichern. Jetzt aber wirklich. Dankeschön, es wird nicht einfacher. Na, na, na. Und jetzt, äh... Ja, sicher. Ich will ein Herz haben, keins abgeben. So zum Beispiel. Gut. Ähm... Hier? Nee. Oder doch? Waren das jetzt nur drei? Das waren eben vier. Mann. Ich geh jetzt hier durch. Tschüss. Und wenn ich eine Fee verliere? Ich muss hier durch. Ich muss hier jetzt genau da durch. Und... Herz. Hm. Keine Art, ein Herz für mich. Ha! So. Natürlich. Mörfiges Gesetz. Wie ich schon sagte. Eigentlich wollte ich mir die auch sparen. Obwohl das Augenmonster war ja schon, ne? Hm. Tja. Das wird auch mal Zeit. So. Dann gehen wir jetzt zurück. Ach. Ach. Äh. So weit zurück wollte ich nicht, oder? Ich guck mal, ne? Nee. Oder war der Boss? Nee, 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 nee. Wir holen uns jetzt den Gegenstand. Wir gehen jetzt durch die letzte Tür. Noch ein Boss. Ich freue mich schon wie Bolle. Ähm. Super. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Da komme ich ja jetzt nicht durch. Äh. Äh. Ich muss den Hebel wieder irgendwo umlegen. Wenn ich jetzt wüsste, wo? Hier? Na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ein ziemlich großer Dungeon. Ich möchte das nochmal betonen. Hm, was fehlt denn noch? Die Würmer fehlten noch. Äh. Äh, oder dieser komische Schildkröten, Skorpion. Dreiköpfiger. Oder das komische Flatterhemd. Was ich gerade erzähle? Ich zähle gerade Bosse auf. Die im Originalspiel vorkommen. Diese drei Würmer fählen noch. Ähm. Wo war denn jetzt die Kiste? Ich glaube, die war über mir. Hast du ein Herz, Junge? Nö. Ah. Mist. Äh. Hat sich auf mich, hat sich mich verschossen. Hier, schmeißt mein Auge. Auf mich. Danke. Achso. Äh. Die Stelle. Ich weiß doch immer noch nicht, wie ich da durchkomme. Verdammt. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist mir ein Rätsel, wie man da durchkommen soll. Hä? Ich verstehe diese Räume da unten nicht. Tschüss. Tschüss. Herz. Ah. Verloren. Schön. Wollte mal was gucken. Okay. So. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Du hast die Pegasus-Schul gefunden. Jetzt kannst du ein, äh, äh, überaus schnell, äh, Sprintattacke ausführen. So, jetzt fehlt nur noch die große, dicke, fette, fette Typ. Ah, jetzt weiß ich auch, wie man da hinkommt. Ich weiß, mir fehlt eine Fee. Und wenn ich oft genug Speicher schaffe, ist es vielleicht so. Komm, kannst du drauf an, was das für ein Boss ist. Komm, ich speicher hier nochmal. Schau mir erstmal den Boss an, sonst kann ich zu Noten immer noch zurücklaufen und mir eine Fee holen. Oh, ich weiß nicht, ich werde hier schon fertig gemacht. Ach so. Komisch. Da drüben gehen wir noch hin, da muss ich erstmal die Aufnahme pausieren. Die kommen jedes Mal wieder, wenn ich durch die Tür gehe. Okay. So, wie soll ich jetzt da rüberkommen? So schon mal nicht. Also schon mal nicht. Oh, so schon mal nicht. Das. Oh, 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 oh. Nix. Leckeres für mich. Hä? Ach. Ja, ja, den Boss hatten wir eigentlich schon, ne? Nee. Oh. Bestimmt. Tschüss. Ah. 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 Oh. Ich kriege hier von allem etwas. Verdächtig, schwer verdächtig. Nicht, dass ich in das Loch rein muss. Okay. Ich würde es trotzdem probieren. Okay. Mhm. Test. Okay. Okay, erwischt mich nicht. Dreckig, fiese und gemein. Hallo? Kommen Sie mal ran, junge Frau. So, wie komme ich jetzt hier im Guten durch? Hm. Wollte ich nicht endlich die Aufnahmen pausieren? Äh. Ach, Gottes Willen. Okay, nochmal laden. Es gibt eine deutlich einfache Variante. Neh, nicht mit dem... Ja, komm schon. Mit dem Flammenstab. Und dann kriege ich sogar noch was. Okay. Ist hier noch einer? Ach, deswegen... Kann ich eigentlich... Oh, Tatsache, das geht. Dann habe ich eine Idee. Kann ich mich dann nämlich irgendwie so drüber lupfen? So, wie wir das unten schon gemacht haben. Ähm, speichern. Gucken, ob hier irgendwas... Nö. Äh, ich kann ja da einfach mal rein. Mal gucken, was hier los ist. Und jetzt? Warum? Egal. Äh, das auch noch. Ich speichere mal noch nicht. Ich hätte mir das Herz vielleicht auch noch... Ja, gut. Ach, du ahnst es nicht. Guck mal, was ist denn? Nö. 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 Klar, ich soll mir vielleicht doch noch irgendwie... ...die Fee besorgen. Äh. Oder ich mache... ...extrem Speichern und Laden. Nö. 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 Was ist eigentlich in den Töpfen? Pfeile. Ups, Entschuldigung. Okay. Ach, ich komme da eh nicht mehr zurück. Ich komme da nicht mehr zurück. Ich komme da nicht mehr zurück. Ja, wie sinnvoll war das denn gerade? Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Ähm. Hm. Was bringt es mir eigentlich, wenn ich die... Wenn ich, ähm... Ich könnte ja... meinen Satz mal zu Ende bringen. Ich könnte mal dieses Amulett ausprobieren. Das wird schwer. Ich kann nichts tun, außer hier jetzt reinzugehen. Oh, Entschuldigung. Brrrr. Tess. Bringt gar nichts. Okay. Laden nochmal. Dann kann ich mich auch den Stab nehmen. Oh. Ich will am Anfang eine gute Position kriegen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und ich habe nur eine Fee. Na, lass mich mal weg. Ja, und weiter? Das wird ziemlich nervig. Tja, keine Ahnung. Ich bin etwas genervt gerade, weil... Äh, wie lange soll denn das gehen? Wie lange soll ich denn hier durchhalten? Zwei Minuten? Ich hatte ja vorhin einen, der ist kaputt. Ich könnte jetzt natürlich speichern, aber das bringt nichts, weil ich schon eine Fee verwendet habe. Was? Was? Hä? Warum? Was war denn das gerade? Was war das gerade? Ah! Na, tut, 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 tut. Hä? Was hat mich denn da getroffen? Game over. Wo bin ich jetzt? Nö. Kann ich das irgendwie noch leichter machen? Ach, Mensch. Die reagieren einfach nicht auf meine Zauber. So kann ich den Vorgang aufhalten, dass die mich, äh... Dass die laufen. Gut, 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 gut. Ich trau mich nur nicht zu speichern. Hat jemand eine Hand frei? Soll ich das speichern? Nein. Was macht er denn da? Ich hab jetzt alle einmal angefasst, sozusagen, ne? Äh... Das bringt doch nix. Ich weiß gar nicht, wie... Oh Gott, sind mir viel zu viele. Hm... Hm... Da, wie denn? Ich weiß auch nicht, wann ich speichern soll, weil irgendwie jede Situation ist doof. Ja, die auch. Ich könnte meine Bomben nehmen. Ich könnte meine Pfeile nehmen. Aber alles ist nicht so richtig schön. Schön durchgeschossen. Boah, so schwer, Mann. Ein bisschen Puderzocker? Gerne. Und wenn ich das offline probiere und dann wieder einschalte, wenn es weniger sind und es mir ein bisschen besser geht. Da. Eine habe ich noch. Ich habe tatsächlich zwei Feen eingepackt. Nein, der Topf hätte einen treffen müssen. Das Problem ist, wenn ich speichere und dann irgendeinmal falsch speichere, dann habe ich das Problem, dass ich noch weniger Leben habe, als meine Kiva. Geduld. Warte, warte, warte. Na, boben weg. Gibt es noch Magiker? Ja. Soll ich das speichern? Ich habe keine... Na, ich habe keine Feen mehr. Ähm. Kann ich das auch einen anderen speichern? Ich... Mach mal einen Cliffhanger. Oh, ich brauche dringend mal eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Oh Gott. Ob wir das schaffen? Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.